Wo wollen wir denn überhaupt hin? Hallo, wie ihr es an meinem Outfit schon erkennen könnt, sind wir heute wieder wandern. Heute allerdings nicht ganz so weit, nur zu einem Badeseedigern schon etwas länger anschauen wollten. Es ist ein bisschen warm dafür, aber wir konnten es jetzt nicht länger abwarten. Wir mussten jetzt einfach los, denn seit der letzten Wanderaktion bin ich richtig, richtig heiß aufs Wandern und ich bin gespannt, wo das Ganze noch hinführen wird. Ja, nein, ich wollte heute halt einen anderen Weg gehen als den, den wir sonst gehen. Wir kennen ja mittlerweile alles einen Umkreis von fünf Kilometern ganz gut und ich dachte mir, okay, dann gehen wir mal woanders lang. Und so wurde jetzt aus einem 20-Minuten-Weg ein Weg über eine Stunde, oder? Über eine Stunde, naja, in Kilometern kann ich es euch überhaupt gar nicht sagen. Und es ist gut, es empfiehlt sich immer mal andere Wege zu gehen. Oder auch nicht. ens. ens. ents. 2 Kilometer Umweg, 4 Kilometer gelaufen. Schön auch, dass wir keine Warteklammern mitgenommen haben. Das ist dumm. Aber die Jungs brauchen so weit ja zum Glück nicht. Er hat keine Ahnung, wo es lang geht, ist aber immer vorneweg, zieht aber nicht. Von daher lasse ich ihn das heute mal durchziehen. Er ist recht entspannt, hier Jimmy. Ich glaube, sie müssen auch so liegen. Das kann aber auch wirklich daran liegen, dass hier so viele Rehe rumhopsen. Jimmy wird erst munter, wenn die Enten kommen. Ja, oder die Schwäne. Oh Gott. Oder Biber. Guck, Jimmy macht den Weg rüber. Aber ich denke mal später, dass er da vorne an der Kreuzung stehen wird. Mal gucken. Er wird schon langsamer. Oh, Jimmy, na, da wird es lang gehen. Und, was macht er? Aha, er reizt sich ein. Und guckt. Nur der Klaus will wieder alleine entscheiden. Irgendwie laufen wir hier weiter am Schatten. Egal, ob es ein bisschen umwegig ist. Aber es ist egal. Wenn wir unterwegs sind, ist Jimmy immer total tiefenentspannt. Guckt mal. Das Problem beim Jimmy ist immer eher, wenn wir eine Pause machen. Irgendwie hat das noch nicht gelernt, sich draußen mal so richtig zu entspannen, sich einfach hinzulegen. Der glotzt dann immer die ganze Zeit von rechts nach links. Ich kann euch das ja nachher mal zeigen. Wir haben halt die Hoffnung, dass sich das ein bisschen legt. Wenn wir das jetzt auch mal ein bisschen öfter machen. Ich habe halt wirklich den Fehler gemacht. Rausgehen hieß für Jimmy halt wirklich immer, wir sind in Bewegung und machen was. Na, mal gucken. Ich denke mal, das ist einfach nur eine Übungssache. Dass Jimmy dann auch lernt, sich zu entspannen. Der Klausi, der kann das nämlich mittlerweile schon ziemlich gut. Wo mir Klausis Teilchen auch erzählt hat, dass das noch nicht immer so war. Du meintest ja, das ist erst besser geworden, seitdem ihr draußen Grundstück hattet und seitdem Klausi da immer draußen geschlafen hat. Seitdem kann er das wohl. Deswegen reine Übungssache. Und wenn wir das jetzt öfter machen wollen, was wir ja wollen. Hauptbeschaffung, dass Jimmy das auch noch lernt. Der Kranich fliegt. Und die erste Hunde-Bade-Station. Na, Jimmy? Kranich? Kennst du eigentlich, ne? Ja, Jimmy sagt ja. Super, Jimmy. Ja, ist heiß. Müssen sich die Hunde erstmal ein bisschen abkühlen. Ich würde auch so gerne. Ich habe halt Hoffnung, dass wir wenigstens am Strand... Oh, Jimmy. Soll ich helfen oder geht's? Dass wir am Strand wenigstens mit den Füßen mal reingehen können. Ja. Im Wasser schütteln ist auch immer eine richtig schlaue Idee. Jawoll, Jimmy. Super. Juhu. Normalerweise stellt sich Jimmy immer ein bisschen döver an, ins Wasser zu gehen. Klausi? Klausi kann das besser. Der ist da ein bisschen mutiger. Aber Jimmy hat es wohl gerade wirklich nötig gehabt. Cool. Und Klausi ist manchmal so süß, wenn der einfach so ins Wasser geht, um einfach frei zu schwimmen. Jimmy würde das nie machen. Der Jimmy wartet immer, bis wir ein Bällchen dabei haben oder so. Sonst geht der freiwillig nicht komplett rein. Und Klausi ist heute auf jeden Fall wieder ein Schwimmsturm. Ja. 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 Alle, 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 da ist der Schuldige. Ja, der Jimmy, der trinkt zu viel, zumindest unsere Wasservorräte, der hat irgendwie nie gelernt, ausreichend viel aus Flüssen, Bächen oder Pfützen zu trinken. Und so schafft es Jimmy, jetzt nach, wie lang sind wir unterwegs, zwei Stunden oder so, einfach mal 1,5 Liter auszutränken. Er da, hier, Maßstab. Er war es. Nicht ganz, aber ich denke mal einen Liter haben die Hunde jetzt schon weggesuckelt. Ja, obwohl wir am Teich waren. Der feine Herr trinkt nur Leitungswasser. Guck mal, wie edel er auch gerade guckt. Oh, beleidigt mich hier nicht. Ich bin der Fürst. Ich mag halt nur mein Leitungswasser. Oh, Schnucki. Ja, du kannst ja so viel trinken, wie du willst. Nur, dass wir das schleppen müssen. Erstmal kriegst du einen Rucksack umgewarmt. Du bist müde. Guck mal. Der ist ja richtig müde jetzt geworden. Aber so, wie gesagt, entspannen hier ist. Achso, ja, muss immer noch geguckt werden. Einer passt hier auf und das ist der Jimmy. Egal, ob man sich Streichhölzer an die Augen stellen muss oder nicht. Ihr muss aufgepasst werden. Oh, nein, jetzt habe ich mich ertappt gefühlt. Ach, Schnucki. Du hast gerade andere Sachen zu tun, ne? Passt schön auf. Wir sind jetzt an dem See angekommen und haben die Hunde zwei Minuten schwimmen lassen. Das ist immer ganz witzig, dass wir uns Ziele aussuchen, mit denen wir gar nicht wirklich irgendwas wollen. So eher so Ziel erreichen. Oh, wow, guck mal, da ist ein See und dann gehen wir jetzt auch schon wieder zurück. Was aber eigentlich auch okay ist. Hauptsache, man hat irgendein Ziel, was man erreichen will. Ja, klar ist der See voll schön. Ja, wir sind wieder wieder völlig. Irgendwie hat keiner dran gedacht, nee. Deswegen ist das irgendwie ein doofes Ziel gerade, weil die Hunde ja zwischendurch schon gebadet haben. Ja, was willst du ja machen, dich jetzt hier hinsetzen? Deswegen geht es jetzt wieder zurück. Den Rückweg gehen wir jetzt auf Nummer sicher und folgen einfach immer der Spree, denn die führt uns schnurstracks nach Hause, dass uns nicht nochmal passieren kann, so einen Riesenumweg zu machen. Das war's. Ich treue. Untertitelung des ZDF, 2020